jetzt hat man das ist extrem selbe malo was hat sich ist hinter mir wie ein Spy ein kleiner Camper Manu was spielst du denn ich spielte jetzt ich nehme das auf auch schon gemerkt Jop ein ernsthaft jetzt hast du schon bemerkt nein nur so aber Leute wenn ihr ein Programm kriegt wie es kosten kostenlos ist und Videos zusammen klippen kann und bitte schreibt es nicht in die Videokonferenz weil mit dem habe ich schon versucht es ist einfach nur so schlechte Qualität danach ja der kostenlos ist und der das auch ganz gut hinkriegt mit gerenderten Videos schickt also schickt mir den Link dazu denn ich muss es erklären ich muss es erklären ich habe aufgenommen keine Scheiße alles gerendert ist ziemlich klein geworden ich habe viele viele Parts rausbekommen und dann kam die Krönung wo hat ich bin ich bin hatte vier gerenderte Folgen von Team, also eine Folge Team Forschers, High Quality, die war wirklich so gut, so fein und nach dem Rändern immer noch alles super geil, habe ich es zusammengeknüpft, die Qualität ist von, keine Ahnung wie viel, 1080p ungefähr, ungefähr, es war glaube ich 0,27, aber bisschen mehr wäre es 1080 gewesen, keine Ahnung, ungefähr so. Es war 1080, sagen wir es so. HD auf jeden Fall. Ich habe es gerendert, alles immer noch HD, habe es zusammengeknüpft, war mindestens, also maximal 240p danach. Ich habe mit den Einstellungen ein bisschen rumgespielt beim Any Video Conversion, es war einfach nur schlecht. Vielleicht kann ich es auch nur nicht, weil ich zu dumm bin, aber die Chancen stehen schlecht, Leute, die Chancen stehen schlecht. Genau. Ich habe kein Stückchen Kohle gefunden, nur ein bisschen Kupfer und Silber und alles. Und es ist immer noch voll ungeruht, dass die Leute im Main Screen sind, meiner Meinung nach. Nein. Wann sie für uns auch noch gar nicht kennen, warum sie es nicht nehmen kann? In den Hmmidern, zehn Tanks, aber die waren keinen Transmutation-T badass. Ich habe das jetzt schnell hier. Oha, ach du verschiebst gerade die Kisten. Oha, ach du verschiebst gerade die Kisten. Oha. Ach, 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 ach du verschiebst gerade die Kisten. Oha. Ach, 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 ach scho. Ach, ach! ach, 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 ach. angehört werden nur in ich habe mir hatte man ja die märz sind ja er ist ein Nudelmann er ja es sei jetzt nicht weiter aber er ist ein kleiner Kämpfer und mann falls du diese Folge je zu Gesicht bekommst du bist ein kleiner camper du bist eine geile Nudel aber du bist ein Camper und egal wie super guter Freund du bist du bist einfach eine kleine Camper Nudel ja schau wir spielen auf so einer kleinen Mini Arena Map er steht hinter der Tür als Pyro also schon mal als Pyro kämpfen Mann Junge hinter der Tür man kann nicht mehr aus dem Sport raus weil er kämpft und dann sind die alle Klassen wollen man kann nicht als der Moment gehen weil es gesperrt ist einfach so Agro Agro Power kam fast raus machen es kam aus mir kann die Kiste gleich wieder leeren übrigens müssen wir uns bald gehen wie es wird die Maschine bauen irgendwann bald werden wir brauchen ich baue einen Block Breaker also das ist ganz heiß mitgenommen wir haben noch so ein Mal man kann wird man hier hat es draußen morgen doch oder ja und dann irgendwann die Fortschritte vorher haben wir es aber sie lassen hier eine Niederlage bei Team Fortriff das finde ich gut Prozent und sie war nicht Prozent und Kürz und Kürz Platz hier aber es ist nicht Prozent auch hier oben das ist was ist weil ich höre schon wieder auch wenn es nachts ich höre es erfüllt mich mit Angst er wäre ein Diamant ja einen ganzen ich will jetzt endlich für Obsidian holen und dann machen wir uns nennt man sich erstellen was den ganzen Tanks das wir haben was in uns das ist Diamanten es ist gut wenn ich das was ja also du wirst dann für immer aufnehmen ne nein ab jetzt auf für immer ja ich schicke dann mal alles außer mir schicken einer von euch lieben zuschauen einen Konverter und erst mal die Wand reparieren ey was ist ein Konverter halt halt das ja halt ein Zusammenfüger irgendwas halt was zusammenfügt Hallo Leute willkommen zu einem neuen Aufnahmetacket der liebe Erzke ist dabei ich bin dabei seine Spezialaufnahme und er baut mich erstmal ein ein kleines kleines nuti Kindchen ist und da draußen ist ungeschehen erstmal Tätan auf dem Kopf ein Slack bisschen bei mir sorry Leute aber ich hab einfach zu großen Bildschirm gehen wir schlafen jetzt gehen ja hey komm mit raus weil was das erste was wir machen müssen müssen wir am Quarry machen ja kein Problem mehr ja ich muss mich da ein alter was ist los alter wisst ihr Leute immer als einfach Tag ihr könnt es dann halt nicht dann stopp ich jetzt die Aufnahmen was Hä precursst du schlafen Leute Jensa ne boah ihr seht die Nachricht noch unten im Chat ne boah ja einfach suckYt Jungen also komm ich jetzt mit zum Quarry acquaint sonst fühle ich dich vor den vor den Augen derlauben zu schauen und was ganz toll ist schaut auf unser haus einfach nur auf meinem anderen server 500 jahre vergehen das teil wächst endlich bei uns vier folgen oder fünf folgen oder so so war es jetzt oder das ist es nicht mehr so gut einfach nur zu wenn er es gekommen wo bist du wo bist du ab und vorliegenden ok 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 nennen das auch auch kippen und ist auch nicht nur ein herz alle heiser hat flitzt da jetzt hier ja wo bist du bei mir bist jetzt gerade einmal über die einfach mal an mir vorbeigeflogen oh du bist bei mir auch ich stehst bei mir immer und dann ey Kohle die nehme ich mit das ist doch Eisen nein Kohle ja Kohle brauchen wir auch hast du mir schon mal gesagt und wie können wir jetzt zum brennen benutzen wir jetzt immer die Holzkohle weil ich so dumm war letztes mal und da nicht dran gedacht hab weil ich ewig lang nicht mehr mit Kohle gekocht hab dass man mit dem Philosopha Stone aus vier Kohle also aus einem Kohle vier Holzkohle machen kann geil und da das beides genau gleich viel brennt ist es sehr vorteilend bei mir und falls ihr euch wundert warum ich hier jetzt Wasser reingedossen hab ja wieder mal das ist damit man später wenn der leer ist und bis zum Bedrock runter gegraben hat dass man dann noch rein kann ja ich hab den Kunden immer sag jetzt um brauchen aber auch sie gerne und ich habe auch eine Idee wie wir Obsidian bekommen können aber das machen wir glaube ich in der nächsten Aufnahme was machst du da das ist nicht das ist nicht das ist nicht das ist nicht das kann es nur mit einer Eisenspiele das ist nicht ich habe jetzt noch ich steigte zu tun du hast so viele Rubin jemand drei er ist mir noch eine letzte Folge mal und ich will es jetzt zu tun ja ich glaube ich glaube ich glaube er hat um einen Bauch macht ja alles weg ach so und ich der Koppel soll nämlich mitnehmen die 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 unbedingt ja haben wir ja automatisch Goldfahm als wir haben hier oben schon voll viel Erde schon mal in die Kiste Erde und hier ist noch genug Holz kolüriert aber wir brauchen Holz ja das stimmt allerdings ja und an den letzten Jahrzehnte nachschauen ob man hier irgendwas mit Prozent Baumfarmen machen kann noch ich bin ehrlich das aber nicht ganz bewusst ich glaube aber nicht Robo Wurz aber müssen jetzt mal finden damit wir in das Werk ausmachen können okay okay es ist es unser nächstes Ziel Leck übelster Leck als er hat mein Geld ist gleich die Friesheit sich zu mir er nicht nur in der Fall ist es wird schon aufs nächste Seite um Baumann ja ich bin so arm aber zum Bauern ab und mich gerade sie Prozent ich den Eizigrunds hätten müsst ihr wissen sonst ist es nicht von euch und dass sie das machen also also machen so nennen die können der ich hab die Mönchung noch erweitert man Klaus die Gäste ich brauche wenigstens 3 oder die Leitier scheißen im Endeffekt ich habe anbelohnt in doch A das ist der Kippsern kommen hier eine Wittung und noch zwei 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 schnell wie vor ein paar E mit zwei es war noch eine erinnern und nun okay was können wir in dieser wochen machen wir können eine erste wurde von als einig ja gerade ist es richtig übel ja bei mir auch das ist ganz schön schlecht ne also gehen wir abbauen heute in Folge ach erstmal alles ablegen und dann abbauen gehen bin ich überhaupt mit dem Keller fertig? Nein Nein also ich mach dann mal weiter ne und ich geh abbauen auch wenn ich verstehe ich alleine verletzen und die Kürze damit kann und sagen kommen in Böse Böse der Böse 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 und nicht Böse s aber du hast doch letztens erst... ja, okay, dein CPU ist vielleicht nicht gut. Ich sag nichts mehr. Kauf dir eine Grafikkarte, den Schein. Was hat das jetzt sein? Arbeitsspeicher oder wie? Ja, ich wollte sagen, du hast doch erst letztens seine Arbeitsspeichergröße noch. Ja, auf 10 GB. Ja, aber warum legst du sein CPU immer noch auf 100%? Okay, genau. Weil CPU nicht Arbeitsspeicher ist. Ich weiß. CPU heißt Central Processing Unit. Aus welchem Mod lernen wir das? Nein. Hä? Alter. Nein. Was denn? Aus welchem Mod lernen wir das? Nein. Jetzt hab ich 16 Truhen. Oh, ich weiß wie gern ich jetzt X-Ray hätte. Was hast du? Wie gern ich jetzt X-Ray hätte. Gerne. Hätte. Nein. X-Ray hab ich nur im Aufräumen-Server benutzt. Boah. Ja. Nein, aber das war echt voll geil, wie ich drauf war, bevor ich jemanden gefunden habe. Ja, Mann. Hm, wie kommt das denn mal? Ja, ne? Nein, ich hab' falsch gebaut. Toll, Alter. Ja. Das ist die Frage, hat der X-Ray nicht. Das geilste wäre, wenn ich jetzt X-Ray anmachen könnte. Nein, aber ist ja ein Tech-Ray nicht. Das ist bloß in meinen. Ähm, krieg die Truhen wieder zurück? Ich tu. Ja, ich hab' jetzt Truhen platziert. Oh, yo. Dein Server, ne? Die ist echt laggy, weil ich grad' aufnehme, deswegen nimmst du ja normalerweise auf, aber du bist ja jetzt zu faul. Dein PC spinnt ja. 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 Ja, weil das dumm ist. Ich hab' zu viel Speicher, Junge. Ja, dann lad' hoch. Hopp, hopp. Hab' doch schon zwei Parts hochgeladen, was willst du noch? Ja, mindestens acht. Können wir jeden Tag acht Parts aufnehmen. Das wär' geil, was? Das wär' echt. Die ganze Zeit, statt nur Team-Fotos zu zocken, einfach. Ein bisschen mehr Tech-It. Ich glaub' Tech-It kommt sowieso besser an als Team-Fotos, weil Team-Fotos ist einfach so schlecht angekommen, deswegen läd' erst jetzt noch hoch den restlichen Faden, dann macht mir nix. Na, morgen kommt ja Team-Fotos. Also, vor ein paar Tagen. Vor ein paar Tagen kam ja Team-Fotos, ne? Das ist geil. Team-Fotos ist geil, Junge. Ich bin der King. Nein, Spaß. Das geht, ich muss das jetzt gleich dann rennen und dir morgen früh gleich schicken. Okay. Weil, äh, sonst ist die Folge schon, äh... danach, sonst kannst du keine Tech-It-Folgen mehr hochladen. Warum? Das wär' schlecht, weil du die Folge nicht hast. Ah, okay. Doch, was ihr jetzt nicht hören müsst, aber, falls diese Tech-It-Folgen nicht online kommt, wobei ihr das dann auch nicht hören würdet, äh, haben wir ein Backup gemacht vom Server. Aber wir schauen. Und weil der Internet-Server-Backup nicht funktioniert. Und weil der Internet-Server-Backup nicht funktioniert.